Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Hable ist in erster Linie eine Logistik-App, die es schafft, jeglichen Logistikprozess zu digitalisieren. Und das ist genau der Ansatz. In der Logistikwelt kommt diese Digitalisierung jetzt immer mehr auf. Prozesse müssen digital abgebildet werden und Logistiker, also sprich Verlader wie auch die Frachtdienstleister, müssen immer mehr diese Prozesse digitalisieren. Das funktioniert folgendermaßen. Wir betrachten die Logistikkette. Wir haben hier den Versender, den Spediteur mit seinem LKW und natürlich einen Empfänger. Und es geht immer darum, dass eine Beauftragung erfolgt. Meistens von einem Versender zum Spediteur, fahre die Ware zu dem Empfänger. Und dann geht es darum, Informationen zurückzuspielen. Und was sind das für Informationen, die dann oft digitalisiert werden und digital abgebildet werden sollen? Es geht um Zeit, es geht um Ankunftszeit im Speziellen. Es geht um Statusmeldungen. Man möchte auf einer Live-Karte den LKW sehen. Man möchte einen Lademitteltausch machen. Man möchte Abliefernachweise machen. Man möchte Bilder zeigen. Man möchte Reports erstellen, weil ja ganz viele Daten generiert werden. Und am Ende soll natürlich irgendwo eine Abrechnung erfolgen über diesen Transport. Und diese Prozesse zu digitalisieren, abzubilden, dafür ist Hubble da.